Hey Leute, ich bin's hier, Drache Charo mit LP hin dran und in der heutigen Folge von Warcraft 3... Ja, von Warcraft 3... nicht Reign of Chaos, sondern Frozen... Die Beschwörer töten, bevor die Zeit abgelaufen ist. Zauberer und Magieangriffe vernichten die Beschwörer. Achso, stimmt, wir müssen... Angriff der Chimera, Angriff... Oh Gott, ich hatte gerade Ultra-Lag, hoffentlich hört man, dass ich da aufnahme. Manerleut... Oh Gott, Computer, was soll das? Ähm... Okay, einen Moment bitte, Leute. Okay, ich hoffe das funktioniert jetzt. Ist das alles Viecher? Feendrachen! Urtum des Windes, Urtum des Windes ist das Flügelding. Das sind keine Drachen, das sind fliegende Chameleons. Äh, die sind hässlich. Okay, besch... Äh, beschwör dich nicht. Aber die machen genau den Schaden, den ich brauche. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Machst du Held? Gut. Für Kalimdor! Ich hätte eigentlich gerne noch eine Chimäre. Urtum der Wunder. An die Magie dran. Hab ich das Chimäre-Ding schon? Oder... Ja, ich frage mich grad. Die Nager haben Paladine der Menschen gefangen. Könnten wir die heiligen Krieger befreien, wären sie uns eine Hilfe im Kampf gegen Illidan? Okay, Paladin. Margroth, der Verteidiger. Doch, aber das ist so weit weg, ich hab irgendwie keinen Bock. Die Jagd wartet. Okay, lasst uns schon mal... ...marschieren. Dieses Land und ich sind eins. So. Oh, da ist ein Fluss... ...im Weg. Wir müssen uns sputen. Aber ich kann da hoch. Yay, hoffentlich werden wir nicht angegriffen. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? So. Der Magieangriff des Klauen-Druiden, sagten sie. Macht auch Schaden. Wirklicher Zauberer. Gut. Aber ich hätte gerne... ...noch so einen... Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Oh, muss ich jetzt... Nein, nein, das wollte ich noch nicht. Ich wollte noch einen Irrwisch haben. Muss ich ihnen helfen, oder schaffen die das auch? Drachenfalken weiter. Ja, das schafft ihr schon alleine. Ne? Ich muss mich beeilen, Leute. Weißt du das hier? Die Jagd wartet. Ich kann nicht mehr warten. Wie komme ich dorthin? Oh, ich muss auch noch einen ganz langen Weg. Okay. Was stimmt hier nicht. Gerechtigkeit wird geschehen. Gut, wartet schon mal dort. Da sind doch... Lager. Okay. Okay. Ich bin bereit. Jetzt habe ich noch zwei von euch. Wahrscheinlich sind da noch irgendwelche Verta... Ja, ist irgendwie klar. Das wäre vielleicht noch praktisch, wenn ich hier... Hast du den Irrwisch ausgewählt? Gut. Baum der Ewigkeit. Okay. Was? Was ist das? Ah! Ich spüre, wie ihr Zauber durch das Dach der Welt jagt. Wir müssen dem ein Ende machen. Jojo. Das machen wir. Das machen wir. Kannst schon mal einen Wohnbrunnen bauen. Bestimmt. Wir haben nicht so viele. Ich hätte gerne noch eine Triade. Oder zwei. Magie aufheben. Das ist ja cool. Äh... Was können wir sonst noch forschen? Da. Ultrasicht. Ich glaube, ich werde zuerst... Es ist mehr Holz erforderlich. Nein! Ja, dafür reicht das noch. So. Okay. So. Ich wundere mich, ob meine Sch... Na, gar Königswache. Und das genügend einhalten. Äh... Ich hätte doch lieber noch eine Bogenschützchen oder zwei dabei. Urtum des Krieges. Oh ja. Oh, right. Mondbrunnen. Da war ja was. Baue mir noch einen Mondbrunnen. Hier hin. Ah, die weite, weite Welt. Ach, die greifen mich also doch an. Vererst den Nager können schwimmen. Kommt schon, beeilt euch. Forschung abgeschlossen. Wir verleihen mir und wir halten die Nager so lange wir können zurück. Für Kael Talas. Kael Talas. Kael Talas. Jetzt habe ich einen Baum verloren. Egal, jetzt weiß ich, dass sie auch angreifen. Also werde ich. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Forschung abgeschlossen. Ich bin bereit. Forschung abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Wo soll ich zuschlagen? Auf Wachposten. Ah, den Berg riesen mich dann doch wieder gerne mit mir. Ach, die haben die also auch. Gut. Gut, gut. Euer Befehl. Ah, der ist noch ein Clown-Ruide. In Position. Macht schnell. Auf Wachposten. Gibt es Ärger? Zack. Meine Kraft gehört euch. Euch will ich überhaupt automatisch tun. Ist doch das Beste, was man machen kann. Und ich will da gerne andere davon haben. Er leuchtet mich. Wo soll ich zuschlagen? So. Die andere Seite. Okay. Unsere Verbündete Stadt braucht Hilfe. Lerothus. Jaja, ihr schafft das schon. Ich glaube an euch. Hypogriff. Ah, das könnte doch praktisch sein. Obwohl, wir haben die Luchteinheiten. Unsere Verbündete Stadt braucht Hilfe. Ihr braucht keine Hilfe. Ihr schafft das selbst. Obwohl, Stufe 2, Stufe 6. Hm. Macht schnell. Gut, ihr kriegt eine meiner Jägerinnen. Obwohl, das haben sie jetzt auch geschafft. Wie die Göttin wird. Nö, das können wir vergessen. Ich bin bereit. Wartung, das ist... Festhaut. Euer Gebäude ist fertig. Harthaut. Oh Mann, ich muss mich ja beeilen. Stimmt. Das ist eigentlich cool. So. Stimmt, ich wollte noch... Es ist mehr Holz erforderlich. Schimärenhorst bauen. Bist du eigentlich fertig? Ja, das bist du. Kannst du mir noch zwei Irvische ausbilden? Danke. Und du, Irvisch, kannst du mir noch einen Monopon bauen? Joa, es ist doch... ziemliche Angriffsforce. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Kommt mit. Was bedroht diese Länder? Okay, da ist eine ziemliche... Streitkraft der Gegner. So, Dolchfächer kannst du mit deinen Schatten schlagen. Hm. Wieso nicht gleich eine Woche? Wenn wir schon dabei sind. Ich will die Einheiten. Meine Kraft gehört euch. Und das alle Brunnen der Wiederherstellung. Was stellst du wieder her? Mane... Oh! Super! Gerechtigkeit wird geschehen. Ja, s'il me plaît. Euer Gebäude ist fertig. Okay. Oh, ich wollte... ...noch eine Glievewerferin. So. Kannst du bitte hierher kommen. Und wir werden schon mal weiter gehen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Kommt schon. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Ich brauche euch alle. Was bedroht diese Länder? Alle, alle, alle. Wir müssen uns sputen. So. Gerechtigkeit wird geschehen. Darf ich sagen, dass ich... ...Zeitmissionen, die ich so gern hab? Ich kann nicht mehr warten. Oh gut, das ist ja so ein Ding. Kommt. Nein, meine Schimäre, die ist teuer. Die ist zu teuer. Das ist ein Drache. Diese munzige kleine Feendrache da. Oh, Mann. Los, konzentrier dich all auf das Ding. Schnell. Vernichte das. So. Kannst du nicht zurück hierher kommen. Dann kannst du dich heilen. So, jetzt haben wir wieder so ein Ding da. Und... Ah, Gott. Beeilung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich brüche wahrscheinlich mehr Einheiten. Leute. Illidan ist da. Was macht Illidan eigentlich hier? Was soll das? Hallo? Ich bin warf. Okay, gebrüllen. Automatisches Leben und Bahn auffüllen. So. Ähm. Das ist ja eigentlich auch noch praktisch. So. Das schafft ihr doch, oder? Okay. Ey. Und die schafft ihr nämlich auch. Äh. Oh. Äh, ja. Ich bin irgendwie... ...nicht ganz da. 20 Minuten noch. Unsere Krieger greifen den Feind an. Naja, das schafft ihr schon locker. Ist... ...kein Ding für euch. Ich glaube an euch. Gerechtigkeit wird geschehen. Die Gehe werfen braucht Platz. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Puh, ganz schön viele sind gefallen. Es ist nicht so gut. Forschung abgeschlossen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Danke. Ich sollte vielleicht irgendwie versuchen, besser zu multitasken. Okay. Ich bin viel zu langsam für diese Mission. Ich sehe es schon jetzt. Ja... Doch. Das könnte böse werden. Hm. Vielleicht mehr Urtümer. Aber... Ich hätte eigentlich genügend Gold dafür. Okay, bauen wir noch zwei Erwische. Könnte ich dann in Urtümer verwandeln? Da brauche ich natürlich für hier noch ein paar Einheiten. Ja, das wäre cool. Neuen Berg. Riese. Festhaut. Okay. Obwohl, das ist... Forschung abgeschlossen. Hm. Tja. Könnte ich eigentlich theoretisch noch ein paar... ...die ohne Schiene gewartet ist... ...noch ein paar... ...von den Feendrachen ausbilden. So. Gut. Da ist... ...soweit gut. Euer Gebäude ist fertig. Du kannst endlich Holz sammeln gehen. Vorerst. Ät... ...tu. Oh, du Beschützer. Das wär's doch. Oder? Und so hier hin. Wir vergeuden hier unsere Zeit. So. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mich beeilen. Musste mir nicht sagen. Spiel. Oh, Wache. Dolchfächer. Die Lieder und Slager. So. Jetzt kannst du einfach die anderen Sachen fertig machen. Schreien von Asshara. 15 Minuten! Hoffentlich reicht das, um hier hinzukommen. Haha. Ja. Ach stimmt, jetzt ist die Schnee auch noch da. So, kommt her. Soll ich auch herkommen? Was bedroht diese Lager? Das ist wahrscheinlich ein ganzes Lager. Und... Dafür reichen meine Einheiten wahrscheinlich nicht aus. Ist mein Riese noch da? Okay, mein Riese ist noch da. Seid ihr alle heile? Euer Gebäude ist fertig. Gut, dankeschön. Kann ich da den Jetzt-Artem erforschen, wenn ich noch eine Schimäre... Und ich schicke dich dann hier hin? So. Avatar der Rache. Lamala. So, vernichten wir ihn. Ach, du hast auch Magie ein Räckchen sehr schön. Abgeschlossen. Unsere Verbündete Stadt braucht Hilfe. Ja komm, das haltet ihr schon durch. Ich glaube an euch. Unsere Krieger greifen den Feind an. Vielleicht noch ein Clown. Und schon. Angriff, Leute. Komm, du kannst den Typ wieder in der Luft vernichten. Unsere Krieger treten den Feind an. Gut. Da wird ein bisschen böse. Eine Jägerin. Okay. Versuchen wir mal hier weiter zu kommen. Ich werde aber auch noch schnell eine Zwischenschweichung machen. Äh, quick save. So. Ja, das liegt noch. Hoffentlich ist da keine Wand in der Mitte. Unsere Krieger greifen den Feind an. Für Gerechtigkeit. Ah, das ist in der Fangnetz. Für meine Chimäre. Okay. Meine beiden Klebewerferinnen. Dann, wo ist das hier? Verlichten. Weiter. Weiter, weiter, hoch die Leiter. Königssache. Oh man, die Erdbeben. Das Auge. Zertrümmert die Erde. Die Schmerzen sind unerträglich. Wie der Riese da ist, der da steht. Ja. Ich mach ja schon. Die Jagd wartet. Oh, vielleicht sollten wir das noch kaputt machen. Wie wär's? Gut. Hoffentlich schlag ich mich gut. Warner Leuchtfeuer. Warner Leuchtfeuer. Wer hat das wieder? What? Hat das grad... Wow. Hat der Schlaf noch ne Sinne getrübt? Hat der Schlaf noch ne Sinne getrübt? Ach so, und du lebst? Anodoro. Okay, das war ein Fail. Das war ein Fail. Laden wir mal. Oh Gott, dass ich hier gespeichert hab. Ich brauch mehr Einheiten. Okay. Mehr Einheiten. Ja, komm. Unsere Krieger verbinden mit Feindkrafthilfe. Okay. Ich hab so viel Gold. Ich sollte vielleicht wirklich mehr Krieger bauen. Und auch für unsere Streitmacht da wären... Krieger nicht so schlecht. Also bitte, wenn ich da ziehe. Ihr seid nervig mit eurer dämlichen Fang der Zfähigkeit. Ihr seid wirklich nervig. Ja, es zerreißt die Erde. Es tut dir weh. Ich weiß. Das Auge zertrümmert die Erde. Die Schmerzen sind unerträglich. Ich hab schon eine Schimäre da. Unsere Krieger greifen den Feind an. Dann würde ich eigentlich noch gerne den Ez-Atem erforschen. Kann ich da noch einen Rottenbeschützer bauen? Was ist der Ruf der Natur? So, ich hätte aber auch gerne noch... noch so einen Bergriesen. Ach, die weite, weite Welt. Göttin, erleuchte meinen Weg. Wie lange dauert das mit den Kriegs... mit den Bergriesen? Ach, nicht genügend Gold. Sonst schicke ich dich... Was macht ihr da? Hab ich irgendwas von Ankeiken gesagt? Hab ich nicht, nein. Ernsthaft? Ja, aber Leute... Ich weiß nicht, heute ist ein komischer Tag. Ich bin meine Herren. Also dich heilsalbe, kannst du einsetzen. Was ist das? Meeres-Elementargeist. Ach, sie crasht so. Okay, ich lad noch mal. La la la. Oh, Mann. Ich hab wahrscheinlich nicht das daran, weil wenn ich auf diese Mission überhaupt keinen Bock an hab. Ach, das ist wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Kommt schon. Ups. Das war dumm. Unsere heilige Heimbetriege reichen den Feind an. So, was haben wir gesagt? Zack. Bergwiesen. Noch einen? Ja, doch. Stabil. So. So. Hol mir noch so ein Ding. Und ich bin hier wieder. Also, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wir haben sehr viel geschafft, ja. Hahaha. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Halte die Ohren steif. Ciao. Bis zum nächsten Mal.